Es ist Wiener Wasser. Du bist ein Fisch. Ich habe gerade auf die Steuerung gar nicht geachtet. Ich auch nicht. Wir machen gerade hier ein bisschen Wildwasser. Können wir auch irgendwie paddeln? Ja, auf Vier-Eck. Wahrscheinlich Salmon. Wisst ihr was? Es könnte ein Krokodil sein. Wirklich? Jetzt sind wir ein Krokodil. Nun, was ist passiert? Ja, alles klar. So, jetzt halten wir es so schön in der Waage. Jetzt komme ich mal ein bisschen hier hin. Nein, nein, wir müssen... Ah, ja, genau. Na, genau. Hey, Vincent. Ja? Ich glaube, es gibt keine Bärchen in den Wald? Es gibt wahrscheinlich Bärchen in den Wagen, Leo. Ha! Wie kann ich das glauben? Ja, lass links vorbei. Ah, er hat sich einfach rüber gesetzt. Du Hund. Setz dich rüber. Alter. Meiner ist nicht der beste... Kanute, ey. Das ist auch extrem schwer. Boah. So. Okay. Aber dafür sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Wir haben nur die Spitze bisher. Aber ich weiß, wie lange die Raftingtour andauert. Ja, das ist zu nahe. Ja, ich würde sagen, wir fahren hier rechts vorbei. Ist einfacher. Ja, ja. Ich will nur geradeaus. Alter, das ist ja ein richtiges Adventure-Spiel. Oh. Okay. Sehr gut. Jetzt haben wir aber den Groove raus, glaube ich. Links würde ich sagen. Ja, genau. So, ja. Oh. 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 Das hat ein bisschen... Das hat sehr viel wehgetan, ey. Das hat viel von dem Boot mitgenommen. Ja, ja. Heftiger Einschlag. Boah. Nochmal. Holy shit. Gut, dass ich gerade gesagt habe, wir haben es drauf. Ey. Er denkt überhaupt nicht. Was ist denn? Ich glaube, das ist so. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, wenn das Boot geht und sie irgendwann flirten. Das muss so sein. Oh. Es kommt wahrscheinlich ein Wasserfall noch. Ja, ja. Ja. War schön, dich kennengelernt zu haben. Willst du noch gegen paddeln? Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ja. Wie gut es geht. Ja. See that? Ja. Alla coin. Ja. Ah. Ah. Wir haben keine Chance. Wir werden so nach außen getragen. Ja, ja. 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 Ja, okay. Gut. 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 So können wir eigentlich gerade. Das ist ganz gut. Vielleicht ein bisschen. Das ist gerade haben. Oh, oh. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht gerade. Vielleicht auch nicht gerade. Scheiße. Da waren wir uns nicht einig. Nein, nein, nein. Fuck. Ich dachte, wir würden mal ein Spiel schaffen, ohne zu sterben. Aber, ey. Wie konnte man jetzt starten, bitte? Wie doof war das denn jetzt? Cool. Ey, jetzt fahren wir seitwärts? Was ist das denn? Hallo? Ey. Ohne Witz. Was ist das denn? Ja. Ich kann gar nichts machen. Wir fahren wieder frontal auf das Ding drauf. Boah, Junge. Scheiße, wir sind gestorben in dem Spiel. Ich wollte das Spiel durchspielen, ohne zu sterben. Boah, aber das ist das Schwierigste bisher. Alter. Aber da ist der Wasser voll. Oh, da können wir froh sein, dass die Cutscene kam. Ich wieder, ja. Danke für gar nichts. Du hast losgelassen. Ah, bleib doch da unten. Nein. Ich versauere doch. Nein, nein. Ich kletter jetzt hier hoch. Ja, Junge. Komm weiter. Ist egal, weiter. Hallo? Ähm. Boah, schon wieder so'n Jump. Boah, schon wieder so'n Jump. Junge. Da sind wir aber echt gut drin in diesen Jumps. Los. Boah. Boah, aber der, das war jetzt echt schwer. Muss ich ja mal sagen. Das Schwerste bis jetzt an dem Spiel. Was hast du, oder? Ja. Also? Was passiert jetzt? Ja. Schau. Ich weiß, was du denkst. Aber nach dem Harvey geht's nicht einfach. Ich weiß. Aber ich gehe nach dem. Mit oder ohne dich. Du willst du sterben? Ich will ihn weg. Er ist ein kohlen-bloodiger. Der Welt wird besser sein, ohne ihn. Du nie sagst mir, Leo. Was ist deine Geschichte mit Harvey? Bevor ich mich verletzt habe, ich und Harvey haben eine große Chance gemacht. Bank Job? Nein. Hast du schon gehört, der Black Orlov? Bist du ernsthaft? Die Diamond? Wie hast du das gemacht? Ein viel Planung und ein bisschen Glück. So, was passiert? Alles war unser Weg. Okay. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. Let's go. Ich kann mich dran haben. Es ist einfach nicht so. Alles war für die Laufende, oder? Ich kann mich trotzdem eraieren. Das war immer auf. Wundern wird nicht immer nachvollziehen. Ich bin nicht jemandem, mein Freund. Hier geht's. Was denkst du? Es ist einfacher als ich dachte. Es ist. Es ist ein Freude mit euch. Ihr auch. Gib mir das Brot! Was du machst? Gib mir das Brot, Leo! Hand es jetzt! Es ist nichts Personal. Es ist nur Brot. Gib mir das Brot. Oh! Krasser Dude, ey. Die nächste Sache, was ich weiß, bin ich durchgeführt worden. Das ist schwer. Ich bin sorry. Oh, trust me. Er ist derjenige, der mir sorry sein wird. Ich mache Dinge richtig. Für mich. Und für meine Familie. Hm. Also, du weißt, wo Harvey ist gerade jetzt? Ich weiß einer seiner Leute, Ray. Er wird sicher. Also? Was sind wir für uns? Also? Wir gehen nach ihm. Du wirklich willst du nach dem? Ja? Wie ich gesagt habe. Mit oder bei dir. Ich gehe nach ihm. Okay. Alright. Where can we find this Ray guy? Don't worry, he's gonna be easy to find. But I need to make sure my family's safe first. Of course. Let's go. Don't go too far, Alex. Mom? Mom! What is it, honey? What's wrong? Oh, shit. Alex? Alex! Oh, da stehen aber ein paar Probleme im Haus. Leo, can I ask you something personal? Yeah, sure. How do you and your wife manage to stay together in this line of work? We've always been together. You know, she knows me better than I know myself. I was... 12. When we met at the orphanage. Orphanage? You could say that my parents didn't do their job. I'm sorry to hear that. Don't be. I barely remember them. Besides, I was fortunate enough to have Linda. She was crazy. You know, we used to run away together. Steal ice cream. Cigarettes. Shit. It's always been us against the world. Still is. No matter what. That's just how it is. Sounds great. All right. Keep an eye out for my family. It's a woman and a boy. About this size. You don't know where they live? They had to move while I was inside. I see. Let's just look around. I'm sure we'll find them. Okay, then we'll find them. My life looks rough out of here. You got that right? I don't hear you in the moment, right? Also, if you've got something like this before. I've never said anything like this before. Oh, okay. Are you sure? 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 Not like any of that helped. I'm here with you now. You should be happy. I'm great to be here. I'm sure you tell yourself that. Anyway, let's find your family. Und du hast bestimmt so viel Glück und wirst sie jetzt finden. Ja, ich glaube, das Glück ist auf meiner Seite. Ja, ich glaube auch, ja. Ich denke, man weiß halt auch gar nicht, warum du manchmal... Die hier können wir ausschließen, das willst du nicht sein. Ja, die daneben können wir auch ausschließen, da. Die sehen glücklich aus. Das kann nicht deine Familie sein. Da, ist einer mit dem Baseballsteger. Das ist bestimmt da, da gehörst du hin. Kann ich mit ihm reden? Ja, ja, tatsächlich. Kann ich mich auch hinsetzen? Nein. Ich glaube nicht, dass ich das essen. Was macht er? Ich schnabbel hier so eine Wurst. Verreiß vom Grillen. Gut, dass du ihn auch nicht weißt. Wenn du ihn sehen möchtest, lass mir das wissen. Ich erzähle dir was. Wenn ich ihn sehe, werde ich über ihn denken. Was machst du denn? Ich versuche es, zu vergessen. Was versuche es, zu vergessen? Ich hatte drei Fahrzeuge, zwei Hände und eine wunderschöne, wunderschöne Frau. Und eine Frau. Jetzt ist es alles weg. Okay. Willst du dich schaukeln? Was ist passiert? Das funktioniert nicht. Du bist zu zweit bestimmt. Du bist zu groß. Weiß ich nicht. Er hat sich die nur angeguckt. So. Ich bin ja mal testen. Ich gehe mal auf die andere Seite. Naja. Ich habe die nur an, ne? Na, irgendwie schon. Ich dachte, wir können da jetzt gegenseitig uns draufsetzen. Toll. Na, leider hat sich hier gar nichts getan. Was, wenn wir das gleichzeitig machen? Das haben wir gerade auch schon gemacht, ne? Bei drei. Eins. Ja. Zwei. Drei. Naja. Oh, doch. Geil. Was zur Hölle machen wir? Ich weiß nicht. Du sitzt erst. Nein, ich habe es gemacht. Ja, du hast es gemacht. Habe ich? Das ist etwas wunderschöner. Geil. Ja. Ja. Was? Geiler Scheiße. Das war bestimmt eine Trophäe, oder? Ja, ich wusste es, Junge. Ich wusste es. Geil. Geiler Scheiße. Weil ich gesehen habe, dass hier auf beiden Seiten halt das Viereck war. Da wusste ich, da muss irgendwas sein. Ja, okay. Und das war wieder so eine dumme Sache irgendwie. Geh mal hier weiter. Wie war es ja gerade? Ich geh mal hier lang. Ja, ich geh mal rechts oben. Oh, hier kann ich klopfen. Na gut. Das will ich mir gar nicht anhören. Ja. Hey, was geht's da? Was geht's da? Never mind, was geht's da? Was willst du? Sweetie, komm mal, honey. Ich komme, Sugar. Calm down. Ich bin kohlen. Ich bin kohlen. In meine Lady Parts. Okay. Okay. Ich muss gehen. Bis jetzt. Uh-huh. Hey, Mister. Da muss ich das Lady's husband clean. Ich muss clean deinen Schoen für eine Bucke. Vielleicht sollte ich sagen. Na, ich bin okay. Komm mal. Da muss ich etwas zu clean für eine Bucke. Du vielleicht willst mit dir selbst. Ah, fuck you. Na, komm. Sorry, das war für mich. Ja, es war. Außer meine Entschuldigung. Sure. Oder einen Bucke, ich will. Du bist persistente. Was will er denn mit dem einen Dollar? Ich geh mal zurück zu der, weil ich ja... Ich hab den Mann gefunden, der sie betrogen hat. Oh. Hey, Lady. Findest du ihn? Komm mit mir. Oh, geil. Das will ich mir angucken. Ich habe eine Idee, wo dein Mann ist. Oh, geil. Du siehst den Trailer da? Ja. All deiner. Oh, er wird es jetzt bekommen. Ja. Geil. Boah, das gucke ich mir an. Ich mache jetzt aber die Tür auf. Da komme ich mit. Was zur Hölle machst du? Martha? Schade. Ja. Aber warte, dann gib ich bestimmt gleich die Tür auf. Und die eine Rolle rennt raus. Oder die sind ja zu dritt dazu gegangen. Oh, egal. Geh mir weiter. Willst du bei Autotech gucken? Oh, wir können Baseball hier spielen. Geil. Na, hier wäre ich gerade langgekommen. Alter, ich glaube, ich kann hier hinten hingehen, weil ich konnte gerade da nichts... Hi, da. Hey, hey. Du interessiert? Hey. Hey, was ist denn? Ich mache ein paar Pfeile. Kann ich ein bisschen schlafen? All right. Ja, geht. Danke. Danke, danke. Oh. Oh, Drall, Junge. Ich teste mal. Viel zu langsam. Na, schnell. Boah. Wir haben alle so ein Drei nach rechts. Ja. Voll gut. Die würdest du doch mit Absicht so ranzig. Du musst vernünftig werfen. Ja, den mit... Dem Drall kriegst du die. Den kriegst du nicht. Den kriegst du auch nicht. Oh, doch. Boah, hast du in einen abgeschossen? Das sah so aus. Der hinter dir. Ja, das sah so aus. Oh, das war ein guter, glaube ich. Jawohl. Oh, Home Run. Willst du auch mal schlagen? Dann werfe ich mal. Ja. Das wird für heute. Danke. Du bist gut? Okay, ich bin gut. Sicher. Schönes Ball. Ach, ich stand gerade nur falsch. Ich dachte, jeder kann nur, weißt du, eine bestimmte Position hier haben. Hier. Danke. Ja, ja. Hey, hey. Willst du es versuchen? Muss man hier noch irgendwas steuern oder einfach nur im richtigen Timing? Nee, einfach nur im richtigen Moment R2. Okay, ja, okay. Boah, hat die weggeflext. Der ist jetzt erst gelandet. Nein. Jo, der ist einfach in die Nachbarstadt. Jo, Home Run. Nein. Nein. Die Serie gerissen. Habe ich dich voll verarscht. Nein. Ich werfe einen ohne Drall. Ja. Einfach nur R2. Er fliegt halt genau gerade. Du müsstest den, müsstest du den dann noch nicht gerade wegkicken. Eigentlich schon. Come on. Drei, sieben. Ui, jo. Warum wird das oben bei mir nicht mehr gerechnet? Nee, äh, das ist deine Höchstpunktzahl oben links. Ah, okay, okay, okay. Noch einen letzten? Ja, Moment. Oh, ja, ich hab dich getroffen. Ja. Ich hab dich getroffen. Ich hab dich getroffen. Ja, ich hab dich getroffen. Oh, der war gut, glaub ich. Der war scheiße. Der war auch nicht gut. Oh nein, zu früh. Ja, war zu früh. Ich täusche an. Ja, weg damit. Kann man das auch irgendwie steuern, wo man hin? Oh, der war gut. Oh, der letzte war, glaub ich, gut. 89 nur. Nee, 178. 178. Ja, also hast du legalisiert, dein Rekord. Ja, reicht, glaub ich, oder? Ja. Noch einen Blitzer, komm, letzter. Oh, okay, alles klar. Da, das war cool. Noch einer, da. Okay, hier war ein. Voll im Bock geworfen. So auf. Wow, warte mal. Ja, reicht. Suchen wir deine dusselige Familie, komm. Warst du hier nicht schon drin? Hast du mit denen hier schon gesprochen? Nee, ich war hier noch gar nicht drin, in der Werkstatt. Kannst du mit dem einen da... Oder dann vom Baseballspiel... Kannst du ruhig mit dem da reden? Ich guck mal hier drinnen. Entschuldigung, eine kurze Frage. Hör auf. Was ist da? Ich bin ziemlich beschäftigt. Ja, ich kann das sehen. Aber ich frage mich, ob du gesehen hast, eine 30-jährige Frau, mit einem Kind, so großartig? Ja. Sie ist heiß, nicht wahr? Natürlich ist sie. Sie ist meine Frau. Okay, ich verstehe. So, wann war die letzte Mal du sie gesehen hast? Ich sehe sie jeden Tag. Oh, ja? Wo ist sie? Wie ist sie nicht wissen, wo es deine Frau ist? Was soll ich denn überhaupt noch mit ihm? Ja, ich rede mal hier mit ihm. Vielleicht kriegen wir noch mal Informationen oder sowas. Hey, du siehst, du kennst deinen Weg um die Fahrzeuge. Ich bin. Warum hast du das gefragt? Ich habe einen Job für dich. Interessiert? Ja, sind wir, oder? Ja. Was sind wir hier? Du kriegst Fahrzeuge für mich. Die Fahrzeuge ist gut. Es ist besonders, wenn es ein schönes Auto hat. Get? Du meinst Stahl? Okay. Vielleicht bist du ein Kass. Es gibt nur eine Art, um es zu schauen. Du bist ein Krook. Relax, mach es ruhig. Okay. Ich würde den da vorne verprügeln. Der hat bestimmt was mit deiner Frau angefangen. Hier. Nimm den Hammer. Nagelbrett. Achso, ich dachte, du könntest jetzt das Nagelbrett als Waffe nehmen. Hier kommen wir ja nicht durch. Ja, der prügelt einfach wieder 20 Minuten auf den gleichen Nagel ein. Dann kommen wir hier mal raus. Hier durch? Ja, würde ich sagen. Der Junge in der grünen Hose. Ja, ich glaube, es ist einer. Let's check it out. Wir können mal hier oben gucken, hier im Hinterhof, ob hier noch irgendwas ist. Aber hier scheint nichts zu sein. Kommst du da noch nach rechts weg? Wahrscheinlich auch nicht wirklich, oder? Ähm. Ich bin dann wieder hier. Vor der Werkstatt praktisch. Ja, okay. Also das ist im Endeffekt. Achso, irgendwie geht's nicht weiter in die Richtung. Nein? Nee. Doch, da unten muss es weiter gehen. Nee, da muss es weiter gehen. Ja, nach unten hin geht's weiter. Ja, ja, genau. Wir müssen den Container an der Seite. Ja, ja, genau, genau. Aber da oben ging's nicht mehr nach rechts. Achso, nee. Das meinte ich. Achso. Ja, ja, genau. Hey, Linda! Over here! Leo! Hey! Anta? Copse. Afternoon, ma'am. Everything all right around here? What do you want? Mind if we ask you a few questions? Yeah, I do mind. I'm kind of busy here. Ma'am, your husband is broken out of prison. Stop calling me ma'am, okay? I have no clue where he is. Listen, if he tries to make contact with you, you let us know. Yeah, sure. Bye-bye. Also die, sie ist umgezogen, aber die Cops wissen halt auch direkt schon, wo sie ist, so. Gut, sie hat sich wahrscheinlich irgendwo gemeldet, aber trotzdem. Wir sind gut? Natürlich sind wir. Du bist okay? Ja, ja, ich bin okay. Gut. Hey, Alex! Schau, wer ist hier? Alex! Hey, buddy! Der hat bestimmt Angst vor deinem Zinken gehabt. Wer weiß, wir werden es nie erfahren. Er ist... ...ein bisschen ein bisschen erschrocken. Er hat es gefunden? Ja, er sah es in den Karten. Oh, Scheiße! Es ist okay, Baby. Komm her. So, ist das der Mann? Ja, das ist, äh, Vincent. Schön, dich zu treffen, Frau. Hey. Linda, ich muss dir erzählen, was passiert. Ja, aber erstens musst du mit Alex sprechen. Natürlich. So, wir sind bei 27 Minuten. Meinst du, wir sollten noch mit Alex talken oder sollten wir hier beim nächsten Mal weitermachen? Und ich glaube, das hier ist eine gute... Hier kann man gut aufhören. Ja, ich setze mich einfach hier hin. Warte dann... Oh, komm mal hier. Ich setze mich... Ich kann mich hier gar nicht mit hinsetzen. Ja. Du sollst auch mit deinem Kind reden. Rauchen, Arschen. Äh, rauchen erst mal. Oh, ist das ein Minigame wieder? Ich bin Darts-Profi. Okay, ich habe das. Schau mir. Okay, ich habe das. Schau mir. Okay. Ich komme zu dir. Damit beenden wir dann die Folge mit der Dart-Runde. Drei Pfeiler hast du gemacht? Okay, 60. Okay, pass auf. Mach bloß nicht mit dem ersten Pfeil genauso viele. Das wäre es, ne? Nein! Das könnte ich aber auch nicht auf mir sitzen lassen. Unentschieden, wir müssen noch mal. Aber das... Ich habe mal nicht die Flugbahn raus, glaube ich. Ich kann gar nicht mehr werfen. Wirf mal in die Eins. Ich kann nicht mehr werfen. Nein? Ne. Wurde mir... Als Rot angezeigt. Ich versuch mal. Also ich kann weiter... Wieder werfen, glaube ich. Boah, it works. Ich gehe auf Pult, Ei. Nein. Mann! It was alright. Mann! Schon wieder 60. Nein, das kann ich auch wieder werfen. Weil du die ganze Zeit im Weg standest. Deswegen konnte ich nicht werfen. Quatsch, ich stand die ganze Zeit hier. Ja, komm. Triple one. Alright, ich habe das. Warte. Der wirft manchmal vollkommen. Der müsste eigentlich triple 20, ja. Triple 20 zum Check. Ja, okay. Das ist wie eine Null. Ich weiß es, ich habe einen Jamm. Oh, okay. Nein, warum? Ich habe einen Flitzer hier. Ja, ich weiß es. Ja, ich weiß es. Man sieht die Nase. Die Nase ist auch so ein Dart-File, ey. Ey, ohne Witz. Ich bin ja mal der Meinung, dass ich da genau drin bin in dieser Triple 20. Ey, ohne Witz. Ey, das ist... Warte mal. Ich muss es noch einmal testen. Dann ist... Das kann ja nicht sein. Da. Junge, warum? Warum? Ah, endlich. Ja, beruhigt schlafen. Gleich werfe ich einfach. Werfe dir den Pfeil in den Nacken rein. Jetzt habe ich in die 5 geworfen. FB 5 nur. Triple 5, scheiße. Der war eine gute Höhe. Okay, dann würde ich sagen, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.